Hallo und herzlich willkommen zu Beats Score Folge Nr. 3! Freunde, letzte Woche haben wir 677 Punkte erreicht, wir müssen noch Sanko seinen Score knacken und ob ich das geschafft habe, sehen wir jetzt. Viel Spaß! Letzter, schöner Start. Kann man drauf aufbauen. Solide. Mh, mitnehmen. Gute 100, komm mal. Ahnlacki. Hälfte ist rum. Guter Letzter. Hat gerettet. Guter. Guter Letzter, komm mal. 2, 3, 6, Start. Mitnehmen, besser draus machen. Come on. Knacken. Den Score von letzter Woche. Aber wie weit geht's? Aber wir haben auch Sanko-Score geknackt. Let's go. Das war Beats Score Folge Nr. 3. Wie ihr gesehen habt, wir haben die Punkte geknackt. Und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche schaffen können. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.